Wenn ich mir ein richtig feines zum Morgen gönnen will, dann machen wir eine Peanut Butter Banana Chocolate Smoothie Bowl und das Aussprechen von diesem Namen dauert genau so lange wie die Zubereitung an sich. Das geht nämlich ruckzuck. Es braucht nur vier Zutaten dazu, die habe ich schon vorbereitet und welche es sind, zeige ich euch jetzt. Als erstes mal die gefrorenen Banane und dann die Peanut Butter. Das ist momentan eine riesen Trend. Die Erdnussbutter hat ganz viele Proteine. Zähmtes Milch, Kakaobuch. Und am Schluss wird das natürlich noch getoppt mit ganz vielen feinen Sachen. Da kann man eigentlich alles nehmen. So, das ist eigentlich schon fast gut. Jetzt geht es schon schnell. Jetzt schon aufhören. Fast gar nicht lustig. Zack. Wunderbar. Das schmeckt schon richtig nach Arthusbutter. Und jetzt noch Toppings. Auch mit Dambini. Bistar. Kreis. Come und Tja und Tja. Okay. Für mich. Dann. Wir haben viele Fragen. Ich war die Frage. Vielen Dank.